Servus Leute, in diesem Video habe ich wieder Mario Maker 2 mit Mara Hinovato gespielt. Ja, es wird noch witziger als letztes Mal, deswegen würde ich sagen, let's go! Oh, ich bin der, der grüne Mario. Ich bin gelber Mario. Gelb? Du bist etwa dieser Waruigi, oder? Verpiss dich, verpiss dich, mein Pilz, Junge! Waruigi! Ich habe da eine versteckte Feuerblume. Ich habe... Hallo! Du Bumbo-Kaka, Junge! Ey! Ey! Dieses Level, Junge. Ah, du Bumbo-Kaka, Mann! Du Bumbo-Kaka, Mann! Nein! 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 Ich bin ganz unten. Ich bin for real ganz unten. Ach, leck doch meine krassen Arschbacken. Ah, leck doch meine... Meine muskulösen Arschbacken. Aber hallo! 100 Jahre Garantie! Bumbo-Kaka! Ich habe doch den doch auf seinen f***ing Kopf. Warum bin ich jetzt am Start? Ja, egal. Das denke ich mir, wenn ich die Sonne sehe. Bumbo-Kaka! Bumbo-Kakken! Scheiße in Hose! Achtung, Spike! Ja, vor der Aufnahme hat er noch gesagt, wir sollen nicht so viel Vogeli sagen. Ja, wir haben... Ich habe die ganze Zeit Bumbo-Kaka, Junge. Ja, egal! Was denken wir eigentlich dumme Menschen? Ich gehe ohne dich. Bumbo-Kaka, Mann! Okay, wir müssen aufhören mit dieser... Bumbo-Kaka haben wir im letzten Video... Äh... ...erstellt. Warum stecke ich fest? Du schlaues Kind! Ja, ja, ja! Bumbo-Staffel! Pipi-Mann! Oh! Fuck! Sache... Junge! Junge! Ich hasse jetzt meine Tower-Level! Ach, leck mich doch am Arsch! Aber gerne doch! Du fettes Rindvieh! Du fettes Rindvieh! Du glaubst, ich bin fett? Ah, das war die Jogginghose, die gerissen ist! Also, das war jetzt die Jogginghose, die gerissen ist! Er zitiert einfach Onkel-Monte. Bester Mann, Montana. Montana Rasenmäher! Spontaner Rasenmäher! Ja, ja! Bumbo-Kaka! Bumbo-Oh! Knochen-Kacken! Ei! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Hör mir auf! Hör auf, hier! Leck mich am Arsch! Geh raus, hier! Da komm mal nicht hoch, Digga! Ey, warum brauchen wir eigentlich für ein Level über 5 Minuten schon? Ich muss mir immer noch eine neue Capture-Card kaufen. Ich hab so eine halbe Sekunde Delay drin. Siehst du, Bumbo-Katze! Ja, er ist auf der unteren Plattform! Opfermann! Opfer-Mano! Na! Den Admano-Controller von Action! Ja, ja, ja! Für 10 Euro! Von Temu, oder? Ganz schöne Schnäppchen! Hallo, kann ich jetzt mal... Ich find auch geil... Ey, kennst du diese Temu-Werbung? Du immer so, Boss, nein, nein! Und dann kommt er mit seinem Golfschläger immer. Ja, ich hab endlich... Ja, ich hab endlich... Ja, ich hab endlich... Ja, ich hab endlich... Und bekommen sie eine von diesen unseren Drecks-Handyhüllen umsonst! Sag mal, wo bist du? Ich hab den Checkpoint erreicht! Und ich werde jetzt... Ich komm da nicht hoch mit meinem fetten Delay, Jungen! Das ist nicht mein Problem. Oh, ja, mein Lama. Kein Lama, Jay. Ich scheiß auf Peace-Witch-Blöcke. Ja, ja. Ich scheiß auf Peace-Witch-Blöcke. Nix da. Da ist ein Rill the Wriggler. Oh, oh, yes. Ich habe das ganze Level geschießt mit der Wolke. Das habe ich nicht bedacht. Warte, ich habe es gewusst, Digga. Ich bin ohne dich, Jess. Du Bombo-Katze. Wir haben immer einen Checkpoint, aber der Checkpoint ist bei deinen Lieblings-Blöcken. Oh, nee. Du weißt, wer hin ist. Er haut ab. Er haut ab. Warum wusste ich, dass ich jetzt berührt werde von dem kleinen, fetten Dreckskind? Oh, mein Noah. Geh weg. Ich benutze dich als Koppel. Am Arsch. Am Arsch. Schlecken, Junge. Wo ist er hin? Wo ist er? Da ist er. Du kleine Kackfrau. Nein, bleib hier. Bleib hier, du Sack. Bleib hier, du elendiger Sack. Du fettes Rindvieh. Du fettes Rindvieh. Ich predikte Bombo-Klat Japaner-Level, was unmachbar ist. Ja. Mario 3D World auch noch vor allem. Ich hasse diesen Style. Ich hasse Mario 3D World. Also in Mario Maker. Ansonsten ist das Spiel übel krass. Mein Pilz, mein Pilz, mein Pilz. Ja, was soll daran schwer sein? Ich liebe Aufnahmen mit dir. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Bitte wartet da drauf. Schütziger. Ich habe den Bombo-Klat Wish-Temo-Move gemacht. Weiß ich nicht. Ich habe Skill von Temo gekauft. Junge, wie wurde ich trotzdem getroffen? Oh, Bombo-Klat. Warte, warte auf mich. Warte auf mich. Ich warte auf mich. Da ist der Bully. Die fette Sau. Normal einfach drüber rennen. Warte, ich renne rüber. Ich renne rüber. Das ist mein Leben. Und? Ah, mein Digga. Und Marius. Super Marius. Nee, kennt ihn nicht. Das ist doch der Grüne aus GTA, oder? Papa G of Fortnite. Papa G. Papa G. Papa G. Ja. Ich zeige dir, ey, oh, was. Ich habe die Warp-Box. Jetzt aber. Aber hallo. Aber hallo. Jetzt kommt diese Disco. Bim, bim, bim. Blöcke. Ja, bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Ja, ja, binseln. Mit Vic, oder was? Wer ist der hier? Was macht er hier? Wo hat er sich hin-TP'd? Hat er Slash-TP Mario Maker gemacht, oder was? Er kommt aus Minecraft, Junge. Ja, ja. Aus Minze-Kraft. Alter, ich bin so ein Speedrunner. Bim, bim, binseln. Warte auf mich, warte auf mich. Bitte, bitte, bitte. Warum bin ich in die Warp-Box reingegangen? Jetzt ist, ey, ich bin stuck da drüben jetzt. Bip, bip, bip. Ah, na, na. Ich bin in der Warp-Box gespawnt. Und dann bin ich zurückgegangen und jetzt war, und dann war die weg. Weg. Und sonst konnte ich da nicht mehr hin. Jetzt darf ich wieder vom Anfang an anfangen. Kombo Katze mit Glatze. Oh, oh, hell. Hast du meinen krassen Move gesehen gerade? Ja, 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 du wurdest von ihm weggeboostet. Bip, bip. Jetzt gehen wir bimseln mit den Blöcken. Ich bin einfach ein... Wie ein Helikopter. Helikopter, Helikopter. Uwe! Uwe! Manfred! Essen komme! Bip, bip. Uwe! 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 Was ist die Mehrzahl von Oktopus? Oktopussis. Dieses Video schneiden wir raus. Warum bin ich am Anfang gesprochen? Ich bin nur so ein inkompetentes Stück. Ich bin so ein inkompetentes Stück. Mensch. Ja. Nein! Kein Helikopter, Helikopter. It's my life and it's now or never. Ich hasse mein Leben. Ey, Rit, sag nochmal auf, äh, hallo, wir haben 50 Hacker in deinen E-Mails gefunden. Hallo, in deinem E-Mail gefunden, 50 Hacker. In deinem E-Mail gefunden, 50 Hacker. Oh, my God. Oh, fuck! Uuuuuh! Digga, wir haben nur noch 10 Sekunden ungefähr. So schlecht. Ey, dieses ganze Level wird rausgeschnitten. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Ich bin fast an der Warp-Box. An der Warp-Box? An der Warp-Box! An der Warp-Box, ey. Scheiße, lass es skippen. Nicht diese Kacka, Mario. Jetzt hier, verpiss dich. Uuh! Oh, Helikopter-Move gemacht. Ja, das sind ja die Drecksdinger. Wenn ich nur ein Damage-Boost jetzt da durcharmen. Was habe ich hier gemacht? Wieso? Was bin ich für ein krasser Boss für ein Uga-Uga? Piep, piep, piep. Ich bin bei den Wicke-Blöcken angekommen. Digga, Junge. Oh, nee. Nein, nein, nein. Wir müssen gegen... Come on, Cox. Wir müssen gegen Kamex kämpfen. Keks. Keks. Nein. Du weißt doch, dass das Magi-Cooper heißt. Ganz real. Wie oft will ich noch in diesen dreckigen Abgrund rennen? Das stinkt in dem Abgrund. Wirklich. Wow! Ja. Ja. Du hast mich gerettet mit deinem Bu... Dankeschön. Du hast mich gerettet, hast mich hochgeschleudert. Ey, Digga, was ist denn das hier? Ich hab's gesehen, du bist einmal runtergefallen. Ich versuche immer einen Long-Jump zu machen, aber ich drücke immer zu spät. Ah, man kann einen Long-Jump machen. Ja, krass. Ich bin jetzt auch gegen jemand geknallt. Piep, piep. Hallo? Hello? Hallo? Ich kann mich nicht bücken. Hello? Hallo? Ich bin Marcel Lawis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Da wäre der Pilz gespawnt. Du machst denselben Fehler wie ich, man. Ich will immer Long-Jumpen, aber wir sind einfach sch... Wie halt... Wie kann ich dem ausweichen? RGB-Haare... Ich bin... Marcel Lawis. Ich bin den Abgrund runtergesprungen. Der Voice-Crack war richtig... Du hörst mich gerade an wie letztendlich, Mann. Ja, ja, ich hab heute den ganzen Tag schon so Voice-Cracks, Junge. Es ist ganz schlimm. Wappikus, Digga. Tschüss. Es geht noch weiter, Mann. Nein. Nein, die Bombo-Kacka-Level geht weiter noch. Uuuuuh. Uuuuuh. Ach, ich bin ja Lutschi. Ne, ich bin Marius. Bombo-Kackikus. Ey, kennst du den Clip von Nubi? Das ist doch der Fisch von, äh... Wer findet... Wer ist... Wer wird Millionär, gell? Alle Doris kommen in Odins Halle. Wer ist Dori? Wow, Dori isst der Fisch aus, äh... Wer wird Millionär. Wie Luigi auf dem fetten Bauch guckt, Junge. Die Position sieht so sass aus, wollte ich gerade sagen. Luigi, lass dein Bruder in Ruhe. Eben darf kein Geblä... Okay, ich lass das. Kein Geblä... Nicht den Gebläse-Modus machen. Nicht den Gebläse-Lautbläse-Modus. Nein, nein. Luigi, vertrau mir. Nicht den Wuuuh-Lautbläse-Gebläse-Modus. Nein, nein. Aktivier nicht die Lüftung. Ey, wer war nochmal Marius? Das war doch dieser... Dieser... Japano-Level. Japano. Eins bis vier Spieler, okay. Nein, Gegner. Das ist so gegeneinander-Level wieder. Oh ja, aber das ist nice. Ich feier das. Ich geh natürlich in meine passende Farbe rein, weil ich bin ja Mario, deswegen geh ich in grün. Ich bin Luigi, ich geh in rot. Ja, er hat reingeschissen. So, jetzt hab ich ein bisschen... Du, Cactus Erectus. Nein! Ach komm. Oh ne, solche Sprünge muss man hier machen. Diese Einblock-Sprünge, wo man durch den kleinen Spalt springen muss, Digga. Ja, den kleinen Spalt, den kenn ich bei Les Mili auch. Der wird gleich wieder sagen, warum, Leoshi, warum? Warum hast du das gesagt zu mir? Oh ne, ich hasse sowas. Cactus Erectus, Junge. Nintendo Snitch, erweitere dein Spiel Erectus. Erweitere dein C***, Junge. Oh, ich hab einen von den Einblock-Sprüngen geschehen. Okay. Oh ja, ich hab den hingegeben. Hingegeben. Nein! Nein, ich bin nicht. Ach, Digga, jetzt geht er durch. Ich kann diese Einblock-Sprünge nicht. Ey, Leute, ich bin so ruhig, weil ich konzentriere mich gerade so. Es ist so intenses Gameplay, Junge. Ja, letztes Mal bist du ihr erster geworden. Ja, aber auch nur durch Zufall. Oh, ich hab's ja einen Block-Sprünge. Ja, wir haben es verstanden. Ja! Wollen wir probieren? Ja, Minecraft, Minecraft. Ja, okay, okay. Dann kommt dein Vater so rein und sagen, Ja, hol! Dann wirf dein Vater... Sleding, nein! Dann wirf dein Vater mit Dingen rum, wie Let's Melee Sleding. Oh, Jus, Baby! Ich hasse dich. Oh, ich liebe dich. Ich auch. Das ist für eine erotische Folge, Digga. Ja, ja, da krieg ich ja richtig einen richtigen Cock... Ich, ich, ich... Ich liebe Aufnahmen mit dir. Scheiß mal auf... Ehrlich, Aufnahmen mit dir machen mehr Spaß. Der wird gleich... Geh rein, geh rein! Du stehst auf den Stacheln, Digga. Was ist das? Ich bin's ja rein. Okay, noch ein Level, noch ein. Ja, ich schon wieder. Ja, zum Abschluss. Das wird geil, einfach geil. Cocktus Direktus. Weil ich bin natürlich Mario. Deswegen gehe ich ganz natürlich in Gelb. Ich steck im Block fest. Ich steck da fest, Mann. I'm Stark! Ey, Digga. Wir machen das jetzt zusammen. Wir stellen das jetzt zusammen durch. Jeder guckt, Mann. Okay, ich komme nicht durch. Wer wohnt denn nach andern? Das ist ganz tiefe Meer. Let's Melee. Ich weiß nicht, was ich für einen krassen Boss... krassen Boss bin, Mann. Aber es war krass. Nein. Nein! Es ist sowas. You spin me, Bamboo-Klatze. Er hat halt einfach den Cheese des Todes. Weil ich ihm jetzt halt den Weg freigemacht hab. Danke. Geht's dann noch weiter eigentlich? Bei der blauen Röhre? Ja. Ich bin wieder am Anfang. Ich bin wieder am Anfang, weil ich durch die blaue Röhre durchgehen muss. Nein! Hat er sich den Weg durchgecheatet? Der dreckige Sack. Ich komme. Ich komme nicht durch. Ich auch nicht. Du bist gar... Ey, bist du auch bei so Wandsprungen durch? Ein Blockding durch? Nein, das ist halt so ein Teil, wo man halt nur in eine Richtung springen kann. Wo man halt von unten nicht durchkommt. Da muss man... Ich hab... Ich hab's! Ich will da gar nicht... Hey, jetzt lass mich doch rein! Ah! Nein! Ich stehe dein Feil. Ich weiß, wo du bist. Ich bin... Ich hab das gerade geschafft. Ich hasse das. Ja. Ja. Komm einfach ins Ziel. Komm her einfach. Bomb, bomb. Komm doch einfach. Bomb, 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 bomb. Bomb, bomb. Jetzt mach, Junge. Ich hasse dich, Scheiße. Ich hasse dich. Ja, maaann. Ja, maaann. Ich bin mein... Ja, maaann. Ich beende das Video jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Tschau, Leute. Lass einen Like. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.